What's right Freunde, willkommen zurück bei Fortnite und den Dragon Ball Bonus Zielen. Dieses Mal bei dem Ausdauertraining Phase 3 von 3, Schwimme in eisigem Wasser. Das Ganze können wir hier oben machen in diesem Schneegebiet und da werde ich jetzt auch mal hingehen Richtung Lockjam Lotus und einfach mal eine Runde schwimmen gehen. So Freunde, hier haben wir Lockjam Lotus und ich schwimme hier einfach mal ein bisschen rum Richtung Zone und hin und her. Und oben links sehen wir es. Der Fortschritt wird stetig mehr. Das machen wir jetzt so lange, bis das Ding abgeschlossen ist. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.